Mehr Verletzte Im Berliner Verkehr sind im ersten Quartal 2014 deutlich mehr Menschen schwer verletzt worden als ein Jahr zuvor. Es gab 393 Schwerverletzte und damit 51 Prozent mehr, wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Unfälle stieg nur leicht an. Jedoch passierten etwa 700 mehr schwere Unfälle mit Verletzten oder tödlich Verunglückten. Das entspricht einem Plus von rund einem Drittel gegenüber dem ersten Quartal 2013. Dramatisch war besonders der März, in dem es 57 Prozent mehr schwere Unfälle gab als 2013. Häufig waren Autofahrer betrunken unterwegs.